Mehr als 53 Minuten hat sich der Bondora CEO Pertl Tomberg Zeit genommen, um in der jüngsten Live Q&A Session die wichtigsten Fragen der Investoren zu beantworten. Dabei ging es unter anderem um die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf Bondora, die Pläne für 2022, das Thema Inflation, mögliche Änderungen bei Bondora Go & Grow, das Thema Kryptowährungen oder auch einen möglichen IPO in der Zukunft. In diesem Video möchte ich 10 Fakten aus dieser Live Q&A Session aufgreifen, diese kurz zusammenfassen und für euch einordnen. Bevor es losgeht, habe ich aber noch eine kurze Bitte an euch, denn ich möchte im April wieder ein Top 10 Video mit euren beliebtesten Peer-to-Peer-Plattformen veröffentlichen und dafür würde ich mich freuen, wenn ihr auf den Umfrage-Link unten in der Beschreibung klickt und kurz eure Erfahrungen abgebt. Leider musste ich die Umfrage nochmal neu starten, weil sich hier ein russischer Bot eingeschlichen hat und die Ergebnisse dadurch leider unbrauchbar geworden sind. Wenn ihr die Umfrage also bereits nach der ersten Ankündigung ausgefüllt habt, was circa 150 Anleger betreffen sollte, dann tut mir den Gefallen und holt das Ganze nochmal kurz nach und dann kann ich die Ergebnisse auch im April für euch veröffentlichen. Vielen Dank und jetzt machen wir weiter mit der Bondora Live Q&A Session. Die meisten Anleger haben sich natürlich aufgrund der aktuellen Kriegssituation in der Ukraine sehr besorgt gezeigt und sich gefragt, inwieweit das auch Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeiten von Bondora besitzt. Wie die meisten sicherlich schon wissen werden, vergibt die Plattform selbst keine Kredite in den vom Krieg betroffenen Ländern, allerdings sind mit Estland und Finnland zwei Kreditmärkte betroffen, die unmittelbare Nachbarstaaten von Russland sind und somit auch indirekt von den Sanktionen betroffen sein könnten. Pertl-Thomberg hat diesbezüglich auf die geringe Abhängigkeit zur russischen Wirtschaft verwiesen und dass die Exportquote für Estland zum Beispiel nur bei 4,2% liege. Ich selbst habe ebenfalls mal nachgeschaut, welche Zahlen ich dazu finden konnte und habe tatsächlich ähnliche Werte gefunden, wenngleich diese minimal höher gewesen sind. Aber ganz klar, andere Quellen, andere Ergebnisse. Einen spürbareren Einfluss könnte es hingegen aufgrund der steigenden Energiekosten für die Verbraucher geben und somit auch für die Kreditnehmer. Aber auch hier hat der Bondora-CEO gleich hinterher geschoben, dass das Go&Grow-Kreditportfolio mit mehr als 100.000 Kreditnehmern verteilt über unterschiedliche Länder, Regionen und Jobbranchen sehr gut dagegen abgesichert sei. Auch abseits der klassischen Kreditvergabe hat der Bondora-CEO keinerlei Befürchtungen, was mögliche Einschränkungen beim operativen Tagesgeschäft angeht. Die drei Gründe, die er dafür genannt hat, waren erstens, dass sich die Daten sicher bei einem deutschen Anbieter in der Cloud befinden würden, zweitens, dass das Geld auf unterschiedlichen Konten bei Banken in Westeuropa liege und somit nicht in Gefahr stehe, eingefroren zu werden und drittens, dass nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie bereits viel Remote-Arbeit für die Mitarbeiter eingeführt worden sei, sodass man zur Not weltweit den Betrieb am Laufen halten könnte. Dazu wurde auch mehrmals auf die Anpassungsfähigkeit von Bondora bei unterschiedlichen Markt-Turbulenzen verwiesen und in diesem Zusammenhang fiel für mich persönlich auch der schönste Satz der gesamten Session, nämlich, dass es ein Teil der Bondora-DNA sei, gut auf Krisen vorbereitet zu sein. So, being ready for a crisis is part of Bondora's DNA, since we were born out of the financial crisis of 2008. Wie sieht es mit den Zielen für das Jahr 2022 aus? Auch dazu gab es einige sehr interessante Aussagen, denn neben neuen Produkten, Achtung, Mehrzahl, soll auch die Anzahl der Kreditmärkte mindestens verdoppelt werden, sprich mindestens drei neue Kreditnehmerländer. We're working on a number of new products and we're looking to at least double the number of markets where we provide credit in. Dabei soll es sich um Länder in der Europäischen Union handeln, wobei der Staat in den Niederlanden mehr oder weniger schon durchgesickert ist. Kreditmärkte Auch die Frage nach Anpassungen bei Bondora Go & Grow ist gestellt worden und hier gab es die ganz klare Antwort, dass weder die Rendite noch das monatliche Einzahlungslimit bis auf weiteres angepasst werden. Zudem ist es auch nicht geplant, eine automatisierte Auszahlungsmöglichkeit anzubieten, obwohl diese Funktionalität in der Wunschliste ganz oben gestanden hat. Der Bondora CEO hat damit argumentiert, dass zu wenige Investoren diese Funktionalität tatsächlich nutzen würden und von daher eine weitere Automatisierung nicht nötig sei. Die gleiche Argumentation gab es auch bei der Fragestellung, ob es in Zukunft möglich sei, über externe Bezahldienstleister Geld bei Bondora einzuzahlen, wie zum Beispiel PayPal. Auch hier hat der Bondora CEO gesagt, dass wahrscheinlich nur 10 bis 15 Prozent der Anleger dieses Angebot wirklich nutzen würden und von daher plant man lieber, diese Gebühren einzusparen und diese Ressourcen stattdessen in die Entwicklung neuer Produkte zu stecken. Auch das Thema der zunehmenden Inflation und deren Auswirkungen auf den Kreditmarkt ist in der Q&A Session häufiger zur Sprache gekommen. Die beiden wichtigsten Aussagen vom Bondora CEO sind dabei gewesen, dass erstens die Inflation immer sehr stark an die Entwicklung der Energiepreise gekoppelt sei und dass es jetzt aufgrund der steigenden Gehälter momentan noch keine Auffälligkeiten gebe, was jetzt die Ausfallquote in den einzelnen Ländern angeht und dass sofern die Inflation ein langfristiges Problem darstellen sollte, dadurch sowohl die Zinsen für die Kreditnehmer ansteigen könnten, als auch die Rendite zum Beispiel für Bondora Go & Grow. Momentan sieht man diesen langfristigen Trend zwar noch nicht, die Option einer Anpassung der Rendite steht allerdings durchaus im Raum. Hierzu der passende O-Ton. However, in case of consistent and constant long-term inflation, which central banks do not predict, they expect a short-term chinks, then interest rates on credit agreements to consumers will also be impacted. So in return, Go & Grow is able to sort of, you know, get to a new equilibrium to pay out higher returns. Wer gerne ein Teilhaber von Bondora werden möchte, der muss sich hier noch ein wenig gedulden. Momentan sieht es so aus, dass die finanzielle Basis gut genug sei, um die anstehenden Wachstumspläne auch zu verwirklichen. Sollte man mittelfristig allerdings weitere finanzielle Mittel benötigen, sei ein Public Listing allerdings nicht ausgeschlossen. Beim Thema Bondora und Kryptowährung und wie diese beiden Faktoren womöglich zusammenpassen könnten, gab es vom CEO eine relativ klare und eindeutige Ansage, nämlich, dass es bis auf Weiteres keine Integration dieser neuen Anlageklasse auf Bondora geben werde. Zum einen, weil das Potenzial im Bereich der privaten Konsumkredite noch zu groß und zu unerschlossen für Bondora sei, zum anderen, weil man sich auch lieber auf Produkte konzentriere, die einfach zu verstehen sind und das scheinbar bei Kryptowährungen noch nicht der Fall sei. Angesprochen auf die internationalen Expansionspläne von Bondora, fand ich es sehr interessant und auch spannend zu hören, dass man sich langfristig auf jeden Fall damit beschäftigt, auch in Märkten wie Asien oder Amerika aktiv zu werden. Ähnliche Zeitzonen, der europäische Binnenmarkt und das noch unerschlossene Potenzial sind allerdings die drei wichtigsten Gründe, warum Bondora sich bis auf Weiteres auf seine Marktpräsenz in der Europäischen Union konzentrieren werde. Und zum Abschluss noch eine interessante Aussage in Bezug auf eine mögliche Beendigung von Anlageprodukten wie Bondora Portfolio Pro oder Portfolio Manager. Deren Nutzung ist ja in den letzten Monaten extrem gering gewesen, was auch ein Blick auf die Statistik bei der Allokation der Kredite verdeutlicht. Allerdings gibt es momentan noch keine konkreten Maßnahmen oder Entscheidungen, die in diese Richtung gehen. Auffällig ist aber durchaus die zunehmende Fokussierung auf Bondora Go & Grow als zentrales Aushängeschild der Plattform, was sich zuletzt sogar auf der Startseite der Plattform wiedergespiegelt hat. Das waren zehn kurz zusammengefasste Punkte zur Live Q&A Session von Bondora. Falls euch dieses Video gefallen oder zumindest ein bisschen weitergeholfen hat, dann lasst gerne ein Like für dieses Video da, um mich zu supporten und kommentiert auch gerne, was eure persönlichen Highlights aus dieser Session gewesen sind. Für weitere Inhalte zu Bondora empfehle ich euch diese beiden Videos hier und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Video wieder. Macht's gut. Ciao.